Hey, Internet und YouTube, zurück bei Far Cry 3, wir folgen dem Mann im weißen Anzug. Der Mann ist der Schlüssel, ich weiß es. Ja, ist in Ordnung. Ich halte einen Sicherheitsabstand. Ich darf mich nicht sehen. Richtig. Solange es sich nicht umdreht, kann er mich auch nicht sehen. Sidra hat die Angriffe verstärkt. Und ich bin im Gebüsch. Warum? Böses Blut. Heute bot was Geld. Mach. Ich hätte dasselbe getan. Ba baum 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 baum. Na 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 na, nicht oh na 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 na. Ach Gott verdammt. Na, mal nichts überstürzen. Immer schön ein Problem nach dem Anziehungsaufgaben. Das ist ein bisschen echt. Nein. No. Ich mach dir eine Brieftausche, mein Freund. Da ist genug zum Jagen. Überall auf der Insel liegen Kisten herum. Hast du die Infos zu deinem Freier? Ich hab's aufgeschrieben. Ich bin zwar geschickt mit den Händen, aber... Einen Stift halte ich eher selten. Hier ist dein Geld. Bring ihn hier rein oder wer's ihn los? Hey. Ich glaube, dass du sie auch deinen Stift hältst. Wirst du vielleicht... Ich muss heute arbeiten. Müssen wir alle, Baby. Ich hab frei. Nicht ablenken lassen. Wo ist mein Geld, hä? Ich bin krank. Das ist mir doch scheißegal. Versuchst du, mich umzuhalten. Es geht mir nicht gut. Brauchst du Medizin? Nicht. Nein, bitte. Nimm die Medizin. Besser jetzt. Hättest du das Aspirin genommen? Meinst du doch nur gut mit der Medizin? Ich verstehe das nicht. Okay. Bewegung, mein... Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Hey. Hallo. Noch ein Blodger? Ich muss allein dranbleiben. Bop, 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 bap, bop, 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 bop. Was bist du mit dem Schritt halten? Ja, das muss ich. Entspann dich, alter Mann. Du hörst ja schon Gespenster. Hier ist niemand. Sie ist da. Was sag's da, da? F***! Das sieht hier niemanden. Betritt in die Hütte und konfrontiert, konfrontiert, zu vieler F und K und Endung wird. Ach, ein echter Patriot. Und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job hier, über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Jeder sucht hier was. Okay. Citra sucht was, du suchst was und ihr seid alle so top. Warum besorgt ihr das nicht selber? Wenn ihr so großartig seid. Jason. Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley. Agent Willis Handley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet. Hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein. Scherzt du? Ich hab ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Westennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Was ist das, was ich denke, dass es ist? Flammenwerfer. Ja! Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Äh... Heut Wolker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändler-Rings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Capisch? Na ja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunkabunga. Ja, du weißt schon. Egal. Hier ist das Teil. Wow. Danke. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit heute. Und wieder gespart. Hier braucht man echt nicht mehr 2.000. Das gibt mir ja alles. Gebt mir das! Oh. Ähm. Aktuell, lass mich mal kurz überlegen. Was ich da lasse. Ich mach das so. Es tut mir leid, Bogen. Später, aber das... Mit dem fülle ich mich... Was? Fülle ich mich sicherer. Für den Notfall. Wollen wir den austesten? Hast du ein Glück, dass das nicht in die schlossenen Räumen hier funktioniert? Warte mal. Was muss ich jetzt tun? Ah. Anzünden. Gut. Die Romane. Gut. Ich spiele mit. Aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Natürlich. Gib mir den Weg. Dann... Dankeschön. Vielleicht weiß Dennis mehr über heute. Hi. Dennis? Jason. Hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem hab ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt. Aber alles böse auf der Insel kommt von heute. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay. Ich pass auf. Okay. Entritt ins Westmiss. Dann what is this? Ubi. Transporter zu stören. Tötest du so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Ja, das mach ich doch immer, oder? Transporter zu stören. Was ist das? Okay. 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 Ich höre nicht wie mit den verfügbaren Waffen. Das ist nur eine Waffe. Oh, ich kann mich auch bewegen. Natürlich. Selbstverständlich kann ich nicht bewegen. Mir geht's nicht gut. Wer ist denn noch hier? Ich sehe mich. So. Doch, doch, doch. Alles klar. Ich sehe schon. Na, super. Das funktioniert ja wunderprächtig. Komm, kotzen. Ich kriege überhaupt keine Punkte hier. Seidiger Kill. Oh, mein Gott. Noch erwischt. Das war ein Crash mit dem anderen. Eindeutig. Ich habe es gesehen. Hau ab. Ich meine, du hast Pistabjahr. 160. Besser als die Ubi-Saft. Okay. Okay. Na, ist ja super. Was kriege ich jetzt dafür? Nix, weil ich nicht gewonnen habe. Richtig? Nein, ruf ihn nicht nochmal an. Was? Wir haben doch gerade... Oh, no. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich muss mir das nochmal anhören. Nee, ich doch. Heut. Heut Volker. Todes, noch du nie tun, bitte. Was ist vielleicht verrückt, aber alles Böse auf der Insel kommt von Heut. Er hat Was den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Okay, gib mir jetzt das Ziel. Okay. Er dreht ins Westen, der ist wunderbar. Erreiche die Drohungfälle. 600 Meter. Danke, wir nehmen das Auto. Ich muss nur mal kurz testen, ob das funktioniert. 400. Oh. Stell mir vorher fest, Spritze hier und benutze sie bevor der Explosion. Gut, funktioniert. Dankeschön. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich mache mich dann auf zu dem Drogenfälle und zünde die an. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. In diesem Song verabschiede ich mich. Tschüss. Yeah. Yeah.